Der Nebel irritiert mich grad voll. Der Nebel irritiert mich grad voll. Was da oben sieht, eher so, ob ich da irgendwann auch noch vorbeikäme. Eventuell. Die Playstation hat aber grad ein paar Hänger hier. Ich muss hier nun wieder mal nachholen. Mal grad mal schauen, ob ich hier was wieder sehen hab. Ne, das war nur zum Öffnen. Rein theoretisch könnte ich auch die Schnellreise verwenden, um hier rauszukommen. Aber ich nutze es trotzdem nicht. Ich gucken will, ob ich noch andere Dinge finde, die ich vielleicht übersehen haben könnte. Wir sind zurück beim See der Neuen. Was ist das? War ich da schon? Ne, sieht nicht so aus. Oder? Ne, hier weiß man nicht. Legen wir mal an. Klingt nix. Uh! Oh shit! Was ist das denn für einer? Was war das? Du, stresst aber Meister, gell? Ich bin noch im Rage Modus. Ne, jetzt nicht mehr. Der wollte mich, der wollte mich schmeißen. Ey! Jetzt bin ich dran. Na warte. Arschkopp. Was war das für ein Move? Mit diesem Talisman. Ich bin jetzt auch verschlossen. Wieso wieder bei den Alben? Das merkt man, oder? Mit diesem Leuchtsteinchen. Wir bauen die Böcke und machen den Weg. Ja, der kleine Hauptsache, der rennt schon mal drüber. Ah, ja. Oh, meine Böcke und da hat was zum Rätseln. Erstmal hole ich mir hier wieder die Haxel Böcke. Da müsste ich wieder 3 Siegel oder dergleichen finden. Gehen wir mal ein bisschen lang. Sack! Nein! Und... Nein! Hier sieht es aus. Ah, da kann ich... Das ist für später wieder runter zu kommen, ne? Ja, okay. Da ist ein Siegel. Zwei muss ich noch finden. Hm, mein Nachbar grinkt gerade. Das riecht geil. Nur es schadet, dass wir alle nicht uns treffen dürfen. Zu dem Zeitpunkt, in dieser Aufnahme stehen, nur noch Kontakt von Brotage in Deutschland. Schicks-Coronavirus, ey. Ich weiß gar nicht mehr. Bist du noch durch? So ein Lagerkoller. Oh, da unten ist ein Riss. Jetzt gibt es gleich Schlägerei, oder? Achso! Da hinten ist noch einer. Na, Meister, wie geht's? Hi! Oh, jetzt... Hey! Jetzt flankt aber. Jetzt bin ich dran. Das gefällt dir nicht, was? Und ein Body-Slam! Alter! Krater hätte da eh gut den Ressler durchgehen können. Okay, aber jetzt will ich doch wissen, was in diesem Riss drin ist. Der Riss drin, oder? Nein? Nur ein Gegenstand. Gut. Von mir aus. Immerhin, weil... Staubel brauchen wir ja auch. Staubel, oder? Staubel. Ich kann bloß auf den Staub. Der Dörfer geht jetzt hier durch. Ja, so. Wir nehmen also wieder den Skritsal mit. Walking, 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 walking across the floor. Yes! Man muss also songsweise da durch. Die Frage ist nur... Wie soll ich mit dem Stein da rüberkommen? Wo soll ich den hier abholen? Hm. Der muss noch unten, äh... Grund haben, warum der da ist. Guck dir mal. Hier war ich ja eben, genau. Ah, so schön ist es. Wie der so schön wegkette das Rittel. Der ist jetzt aber auch falsch. Und der andere Seite ein Tor. Dann gehen wir nochmal runter. Irgendwann ist es noch hinten. Ah, warte mal. Das hat mich schon mal sehen. Dass wir hier hochklettern können. Und hier müsste ich, wenn ich das öffne, den Stein wieder rausholen können. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Also irgendwo bringe ich den auf jeden Fall an. Das ist ja klar. Ja. Ja, du bist auch so ein Skei. Der Typ ist runtergefangen. Ich kann nix dafür. Der ist einfach runtergefangen. Das war's. Ich dachte, die wären härter. Ah, ja. Da soll ich ihn reinsetzen. Ja, ähm... Ich mein, grad das würde jetzt wieder so in den Rad rum wie... Auch ein schwaches Training ist ja ein gutes Training. Junge! Aber... Ähm... Ich hätte ja auch gedacht, dass das jetzt schwieriger werden würde. Zumal die ja Stufe 6 waren schon. Irgendwie hat zu Füßen hier alles passiert. Der Tinko ist krach. Guck mal, die Schweine und Priester lassen mich hier nicht runtergehen. Ich mach das erstmal für den Fall, dass ich runterfalle. Oder... äh... Schneller wieder runter muss. Die Kette hier. Ne, ne. Komm wieder hoch. Ich wollte sie nur aktivieren. As usual. Die Cheis Mere. Die Cocktail ist voll hier. Auch hier ist ne Kette zu aktivieren. Ah, ich verstehe. Das Tor haben wir von einer anderen Seite gesehen. Uh... Raffiniert versteckt. Das zweite Siegel. Ich mach wieder Moonwalk zurück. Ich geh auch noch weiter hoch. Irgendwo ist das dritte Siegel aber. Guck mal hier, was hat der denn für den Schaden da oben. Ich will es erstmal fangen. Uh, der hat sogar Mischki hier getroffen. Willst du mich verarschen? Ach, voll, mach das mal. Alter! Na gut. Jetzt bin ich sauer. Oh Gott. Hey, der Typ. Ha 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 ha. Das waren meine Infinity Stones hier. Die Meister. Kleider. Er flankt jetzt. Oh, jetzt ist Posita noch. Ich und zurückfallen. Ich bin schon in The Last Jedi so schlecht damit. Oh, jetzt hat es geklappt. Uh, was ist das für eine Tobe? Die sieht ja nasty aus. Aber ich suche dann immer noch ein Siegel. Ich muss schon wieder was mitnehmen. Ach ja. Wie geht das? Alleinerziehender Vater versucht mit seiner Steinen Sammlung den Welthunger zu binden. Nenne ich etwa Thanos raus. Hm. Schlimm ab. Irgendwie muss ich aber den da rüberkriegen, oder? Oder war das jetzt nur Deko? Let's do go, let's do go. Wenn ich es schon höre. War klar. Flachs kaputt. Mal schauen. Ach so, das. Na gut, dann holen wir uns den Stein gleich. Mal schauen, dass wir hier looten können. Ich werd ein... Was? Ein Eichhörnchen? Gibt ein zusätzliches... Ah naja, ich denke wir sind auch so gut dran. Ich kann übrigens die... Falken mal upgraden. Mach was sie mal. Ein Schuppen der Weltenstein. So. Okay, ich seh's ja ein. Ich muss den Stein tun. Aber erstmal wollte ich mich heilen. Was heißt dann, weil ich muss einmal rundherum gehen, ne? Walking, walking, walking. Across the floor. Yes. Ah, ist jetzt schön die Aussicht. Wenn ja nicht diese Schlange einfach so liegen würde auf dem Gebirge. Nee, sagt Nechei. Ist alles kaputt. Leuchtet ist blau. Es leuchtet blau. Ach, leuchtet ist blau. Was macht das? Blaues Licht und was tut es, es leuchtet blau. Ha. Wenigstens bin ich der Einzige, der seine eigenen Einspielungen erkennt, ne? Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Was war's? Geht nicht weiter hoch. Es geht. Wo hab ich das denn da reinge... Ich hab einen Riss aktiv... Oh shit. Oh shit. Was ist wieder hoch? I für euch hier. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das gehört in Hohin. Was ist wieder hoch? Oh shit. 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 die stufe sieben und acht die sind ja alle drei gefolgt was soll das scheiße fertig gut scheiße ich muss jetzt auf zeit kämpfen sie sind geliebt ok nein warum warum laufe ich denn vorwärts warum bin ich nicht rückwärts gelaufen scheiße mach mal mach mal Tammam Tammam die wohnen mit mir wenn wir Dark Souls spielen dann kriegen wir das auch hin ok Rage Mode ist aktiviert und wir machen einen Platz von euch der mit dem Toten schüttelt der macht mir echte probleme hier jetzt bin ich klein aber ich hab schon zwei gleich bin ich gut so tryser ich ist nicht so weit ich habe Das könnte schwierig werden Der hat doch viel zu viel Energie letztlich Ok komm! Ok weg 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 Er hat nicht umsonst einen Tonschild auf sich drauf Jetzt! Komm schon Kleiner schieß, schieß Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich Sehr geil Yes Alter, das war ein Kampf Wackenlose Elemente Bäm, das war ein Kampf Na? Und das Puh! So! Bleibt jetzt noch die letzte Frage Okay Wo? Das ist das verbleibende Siegel Das muss ja irgendwo hier aufstecken Das ist das Wackenlose Elemente Das ist das Wackenlose Elemente Das ist das Ich bin nicht dreist gelaufen Ich bin nicht dreist gelaufen Jesus da nicht, ne? Ich bin nicht Siegel, wo steckst du? Ich will dich kommen und holen Mach dich gar oft Und dann weiß sie Bescheid schon zu leiden Ich hab gerade Zähne, ne? Hm Irgendwas finden Es müsste doch eigentlich voll die Schwierenden und Blisuren und brennende Schmerzen an den Händen geben Nein, du kannst zwar so viel in ihr krackern wie du willst Du mistige Mistmöbel Wo ist das Siegel? Woher ist mein Mann, Idebowski? Woher ist mein Mann, Idebowski? Bist du da oben irgendwo gesehen? Es müsste aber hier irgendwo eine Idee sein Ah shit, da oben ich hab's überhaupt vergessen Aber lange nicht so triggert wie diese Siegel Okay Do you want no more projectors? Biese Krise. Du siehst sie bestimmt, ne? Aber du sagst mir nichts. Meister. Schon wieder hat es sogar, was ich übersehen habe. Die Musik geht hier gerade gut ab. Ich fühle mich gerade bereit, nach Isengard zu machen, den Euro-Kreis zu verklopfen. Ha! Hey, Siegeln! Machen Fokria! Gibt es ja nicht, ich bin gerade blöd oder sowas. Ich bin bestimmt schon 15 mal dran vorbeigelaufen.